Ich habe sehr viel Geld, sehe ich gerade so. Die kosten auch teuer. Kommando Matrix. Was kann sich dann gut damit verbinden? Okay. Ja, okay. Auch so sind es Matrix. Ich habe hier nichts Neues. Status Matrix. Ja, okay. Los geht's. Na, wer bin ich denn jetzt? In so einem Sektor. Elf. Heißt du, jetzt kommt ein Zwischen was? Nach der Level-Up sind die meine Spielerinnen stärker geworden. Ich habe keine Idee. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich komme noch auf die 100.000 50% Mir fällt einfach nichts ein außer verfolgt euch doch Zum Flight afeinander Zum link schneide ich alles Leute zum Glück ok hier schon inzwischen muss ich weiß gar nicht ich weiß aber das ist wenn ich jetzt weiter machen würde bis 30 ein zwischenboss kommen würde ein bm off nein ok damit das auch erledigt und wenn uns jetzt nur noch zwei sektoren oder er gesagt eine die 15 ist da der boss ist da gerade ein lachter mann von mir so ein bild stimmt der unteren so froh wenn ich das schon fertig habe nein ich muss dann noch bis 30 machen welche sie gelingen hat aber bis 30 zu machen nutze ich die jetzt gleich anstatt das später zu machen habe ich das mit wenigsten hinter mir ich bin erschöpft ich bin erschöpft ein kleines stückchen nur speichern ab zum glück nur drei naja geht ja ja wo ist der gegner so so du heilige scheiße was seid ihr denn ok ok ich hatte glück dass ich dass ich das gemacht habe glück muss der mensch auch haben aber das ist echt so ja heilige scheiße ich wusste gar nicht dass die hier ist auch dass die auch hier auch scheiße weiß sie jetzt schon dass ich richtig viel level muss bevor ich bis 16 mache also bis 30 genau gesagt ok alles erledigt jetzt gibt es nur kisten zu zu zerstören so ich glaube ich kann mir schon vorstellen wie das jetzt gleich ablaufen wird war das habe ich schon gemacht er Lass mich einmal abspeichern. Ist jetzt wichtig, dass ich abspeichern kann? Gut so, gut so, gut so. Speichern. Gleich beginnt der Kampf. Ich sitze hier seit zwei Stunden. Das ist richtig krass. Okay. Mit diesem Ort stimmt was nicht. Ob es ja eine weitere Quelle da nie gibt? Worauf warten wir? Setzen wir den ganzen eine Hunde. Naja, das ist die vorletzte. Glocken, jetzt geht's los. Willkommen, Freunde. Du schon wieder? Och, jetzt sieht doch nie so eine Schnute. Ich möchte euch ledig einen guten Bekannten von mir vorstellen. Ein echter Funskerl, das kann ich euch sagen. Der Typ hat bei... Hat mir noch einen Stein im Brett? Nee, oder? Wie hat er denn hier reingekriegt? Der Ärmse war in die Untiefen der Unterwelt verbannt worden. Dachte mir, er könnte mal wieder etwas Ausluft brauchen. Also spielen wir Papier, Stein und Schere. Ach ja, ihr seid natürlich die Schere, haha. So hatte ich mir eine Arena schon etwa vorgestellt. Alle Zuschauer, vielleicht ganz spaßig. Wir werden mit dem fertig. Bringen wir das Hände. Ja, klar. Ja, klar spielen. Das sieht ja so simpel aus. Erstmal verstärken. Hab ich Regen noch? Autoblock hatte ich so viel, okay. Erstmal richtig bochen. Ich hab ja genügend jetzt. Aber ich mach fünf Stück davon rein. Und Angriff. Du heilige Scheiße, wie wenig das abzieht. Jetzt will ich halt die Autoblocken. Wechsel mal. Egal, komm. Wieso zieht das mir was ab? Ich versteh's nicht. Das ist so ein Witz, oder? Das kann ich gerade nicht ernst nehmen, was da gerade passiert ist. So. Ja, leck mich so. Echt jetzt. Äh, Autoblocken. Hier. So. So. Und Angriff. Okay, ich krieg den So, ich hab mich nicht mit Buffs, sonst würde es nicht länger dauern Der Handy gerade da ist abgezündet bei dem, oder? Komm, du hast mal ein kleines Stückchen vor Ja, wir haben gewonnen Super Schlag Okay S Oh Mitra Feiersalto Schweißbänder halten Alle 60 bis 36 wurde Bis 30 wurde freigestellt Wir sind ab nun Im Café sieht er wieder aus Ja, klar Boah, glaub nicht, dass es damit beendet ist Ich bin noch längst nicht fertig mit euch Jetzt sollte ich wieder weg Wieder Ruhe einkehren Wir sollten zurück zu viel Da sagt sich sicher schon Und was jetzt? Das kann man überspringen Mickey Das hat das gemacht? Das hat das gemacht? Fisern Ja, hier Ausgesinnt der Alle, Kleiner Jetzt bist du schon ein ganzes Stück Heldenhafter inwiefern ähm Boss Hunter, okay äh, kurz gestört worden, äh, ja okay ach, das dauert zu lang äh ja damit haben wir das jetzt auch vollgeschaltet speichern ab, damit wir das erst erledigt haben und gehen im Weltmenü zu Agrabah, endlich und wir sehen uns hier das nächste Mal